Was ist da? Ein Mikrofon! Ah! Hat der Osterhaus ein neues Mikrofon gebracht? Ja! Wie ist denn das? Hast du Bussi gegeben? Das hat doch gar nicht gefallen! Du hast aufs Bett hinlegen dabei! Da musst du aber heute wieder eine Show machen, oder? Ja! Klaunchen! Klaunchen! Klaunchen, wir müssen aber was machen! Schau mal auf den Fester noch! Klaunchen, Klaunchen! Ich kann auch gar nicht gehen rüber! Eine Hose! Eine neue Hose? Sollen wir sie mal runter holen? Ja! Wollt ihr auch die Hose aus Bad wissen? Ja! Wie schaut die aus? Schau mal! Schau mal! Schau mal! War der Osterhase brav? Ja! Sag mal vielen Dank, lieber Osterhase! Sag es dir rein! Ins Wurtapparat, sag vielen Dank, lieber Osterhase! Alles Gute zum Geburtstag! Ist der Hose noch da? Der ist unten, gerade im Mundzimmer! Der ist ganz schüchtern! Danke, lieber Osterhase! Danke, lieber Osterhase! Danke, lieber Osterhase!